Wir sind JBL! Hallo zusammen, ich bin Nico. Ich bin im ersten Lehrjahr bei der Firma JBL als Logistiker. Wir haben an 29 Standorten über 200'000 Mitarbeiter. Ich möchte euch jetzt einen Einblick geben in meinen Arbeitsalltag. Kommt mit! In der Schweiz bilden JBL über 100 Lernende aus. Unter den Lernenden haben wir ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Täglich erreichen wir uns diverse Pakete. Meine Aufgabe ist es, die Ware entgegenzunehmen und nach unseren Vorgaben zu prüfen. Wichtig ist, dass die Produkte anschliessend richtig eingelagert werden. Zuverlässigkeit ist bei uns so und so. In unserem Betriebssystem verwalten wir Lagerbestände und bekommen Aufträge. Bevor ein Auftrag unser Haus verliert, wird es sorgfältig verpackt und den Vorgaben entsprechend etikettiert. Jetzt hast du einen Einblick in den Berufsalltag als Logistiker bekommen. Hat es dir gefallen, dann bewirb dich bei JBL und wird ein Teil von uns. Das war's. Das war's. Das war's.